Tschüss! Erstmal MX-5 umgedreht. Willkommen zurück, liebe Freunde, zu Need for Speed Underground 2. Heute geht's weiter mit dem Let's Play und ja, unseren 240SX im Peugeot will ich erstmal so nicht weiterfahren. Ja, letzte Folge bin ich vielleicht ein bisschen überfordert gewesen mit den ganzen Kommentaren. Also beim Fahren dann gleichzeitig darauf einzugehen, aber am Ende des Tages ging's eigentlich noch. Einen Großteil hab ich tatsächlich abgearbeitet. Ja, wie viele Events müssen wir eigentlich noch fahren? Also noch zwei UL-Events und zwei normale Events. Dann machen wir das doch sofort mal. Street Cross hätte ich mal wieder Bock drauf. Pass auf, das geht so, ich ziele... Ja, okay. Wie gesagt, irgendwann wiederholen sich die Texte, deswegen ich glaub, ich fang so langsam mal an, wohl nicht mehr die Teile vorzulesen. Zur Not könnt ihr das Video pausieren und das für euch durchlesen. Ja, ähm, ein anderer Kommentar noch vom, äh, ja, vom Adanas Cesar. Der ist auch schon was älter, das vom vierten Video. Also wir sind jetzt schon in Part, äh, Part 12 muss das jetzt sein. Ähm, ja, da gab's noch Tipps für das Feintuning, gerade im ECU unter anderem. Dass, äh, man halt das so einstellen muss, dass das möglichst gleichmäßig ist. Damit, äh, man halt zwar, äh, am Ende des Tages, dass man am Ende viel Leistung hat, aber dennoch auch bei niedrigen Drehzahlen vom Fleck kommt. Ähm, ja, ich hab das ja schon getunt und... Sagen wir mal so, ich hab das natürlich sehr aggressiv auf den, äh, aufs Ende getunt, heißt so viel wie, dass man gerade in den hohen Drehzahlbereichen dann sehr viel, äh, Leistung anliegen hat. Und, äh, und dementsprechend noch sehr viel Drehmoment. Ähm, ich find's so eigentlich ganz geil, vor allen Dingen, ich find den Effekt eigentlich ganz cool, wenn man zwischendurch dann einfach nicht so wirklich viel Power hat. Und ich find, das geht eigentlich, also, ich sag mal, man fährt halt in den Wagengrößen als immer in den hohen Drehzahlbereich. Und da find ich, geht das eigentlich. Aber dennoch, äh, auf jeden Fall danke für den Tipp. Und, äh, ja, man, am besten experimentiert man da auch so ein bisschen, lese ich noch. Um das Maximale rauszuholen. Ich sag mal so, klar, ich find's natürlich cool, dass man hier im Spiel dann das Auto richtig gut tunen kann, um dann halt wirklich das Auto so gut wie möglich zu machen. Am Ende des Tages ist es aber auch irgendwo ein Arcade-Racing-Game, wo ich mir jetzt auch mich nicht so tief befassen will. Ich mein, theoretisch könnte ich ja noch was am Fahrwerk basteln, wo ich halt auch nicht so wirklich viel Ahnung hab, wo ich was einstelle. Und, äh, ich hab's ja schon gesagt, auch schwer hab ich das Spiel ja sehr gut, äh, Krieg komm ich momentan sehr gut durch. Und, äh, das liegt einfach daran, weil der Wagen ja schon sehr gut eingestellt ist, ne? Und, äh, ja. Ansonsten, äh, BlackBaddy, es geht schon wieder los. Ähm, so, wo haben wir denn noch ein schönes Event? Wir haben so alle Rundkurs-Events, auf die ich jetzt grad so gar keinen Bock hab. Ansonsten würde ich jetzt einfach flott die Autobahn fahren, dann zum Flughafen da das nächste UL-Event starten. Versteckteren haben wir, glaub ich, sowieso nicht mehr. Ich werd jetzt einfach nur noch die nehmen, die jetzt noch übrig sind. Dann guck ich mal vielleicht, ob ich den Peugeot noch mal ein bisschen tunen kann. Joa. Obwohl, wir fahren das Drift-Event dahin. Da hab ich grad mehr Bock drauf. Nein, ich werde noch nicht mit singen. Momentan fühl ich mich dafür noch nicht bereit. Vor allen Dingen, bei mir wird das auf keinen Fall so lustig sein wie bei Lukas. Könnt ihr euch... Ich müsste eigentlich mein eigenes Ding hier für das Spiel finden. So, meine eigene Artikel. Hey Mann, dich hab ich doch schon früher über die Straße schlingern sehen. Mir scheint, du bist bestens für das Drift-Rennen hier geeignet. Kannst ja sowieso nicht gerade rausfahren. Okay. Das war mein Text, den kannten wir noch nicht. So. Mir fällt doch grad ein, den Nissan hier haben wir noch gar keine Neons verpasst. Aber das liegt auch daran, weil wir keine Orangen mehr über goldene Neons haben. Ich bin aber sowieso am Überlegen, den halt noch umzulackieren. Ich denk mal, vielleicht lackier ich den Flirt in blau um. Und dann kriegt der blaue Neons und dann... ...sieht der auch mal ein bisschen... ...ein bisschen mehr fancy aus. Weil momentan ist er relativ normal getunt. Also alles andere als Rise. So, und ich muss mir auf jeden Fall auch vormerken, dass ich beim Peugeot keine Felgen mehr tune, weil... ...die Sache ist nämlich die, da kommen dann irgendwann... ...Spinner ist drauf. Ja, ich spreche das absichtlich so falsch aus. Also so bescheuert. Aber wir müssen auf jeden Fall Spinner ist drauf. Fah! Yay, wieder drei Runden driften. Ich mein, driften macht zwar irgendwo Bock, aber warum drei Runden? Ja, aber größten... ...das ist halt immer super, wenn ich halt nicht auf den Dings achte, ey. Ja, dann gab's noch was... ...einen anderen Kommentar, der auch schon uralt ist. Geht's in die ganzen alten Kommentare ein. Ähm, dass das mit den Sponsoren auch variabel ist. Ähm, ja, mit den Sponsoren, das ist halt immer so eine Sache. Sag mal, wie gesagt... ...einig müsste man immer die gleiche Rennanzahl haben. Und klar, man sollte dann natürlich das nehmen, wo man die meiste Kohle rauskriegt. Ich nehme aber eher lieber das bei den Sponsoren, ähm, wo ich die... ...wo ich den meisten Spaß wohl haben will. Heißt, wenn da bei den Events dann drei Street-Cross-Events sind, dann hat mich der Sponsor eigentlich schon... ...dann hat er mich eigentlich schon... ...dann hat er mich gecatcht und, äh, dann wird er... ...dann werde ich für den dann halt das fahren. Ja, aber geht. So lange ist hier noch eine Runde gar nicht. Diese ganz langen Drift-Events, die kommen ja noch. Das wird dann richtig lange dauern. So, wollen wir mal noch ein bisschen Punkte holen. Aber grundsätzlich waren das, glaube ich, auch alle Kommentare, also größtenteils. Viel mehr, meine ich, kam da nicht mehr. Weil im letzten Video bin ich da schon auf sehr viele eingegangen, tatsächlich. Nur das Problem ist, immer wieder hat sich das dazu passend angeboten, gerade zum Gameplay. Wenn ich da auf einmal irgendwas gerade gemacht habe, da auf einen anderen Kommentar einzugehen, den ich aber erst irgendwie gefühlt 15 Zeilen weiter unten hatte. Und dann musste ich erst mal gucken, welche Kommentare ich da jetzt noch nicht hatte. Und dann gleichzeitig beim Fahren dann runterscrollen und hast du nicht gesehen, das wurde dann ein bisschen schwer. Aber gut, ich sag mal so, ich hab's ja noch halbwegs hingekriegt und, äh... Ja, ich denke mal, das Let's Play läuft ja an sich ganz gut. Also, kann mich ja jetzt nicht beschweren. Ich gewinne hier fast eigentlich alle Events. Lakierte Ausbruchblenden, sehr schön. So, jetzt haben wir, gut, jetzt haben wir schon mal alle Events hier. Ganz normale Events. Wir brauchen nur noch zwei UL-Events zu fahren. Und dann haben wir's. Ja, also nicht, dass wir nochmal auf die Idee kommen zu sagen, ach, wir fahren mal noch ein Event. Das werde ich höchstwahrscheinlich so in einem Stream dann halt machen, dass ich dann halt all die Events habe. Wobei, da muss ich mal gucken, ob ich entweder straight durchzocke und dann nur noch die Events über die Weltkarte auswähle. Das muss ich mir noch überlegen. Und ich muss mir überlegen, ob ich überhaupt noch einen 24-State-Stream machen soll, weil ich merke, hier und da zwischendurch kann das mal anstrengend werden, aber ich denke mal, ich werde das durchziehen. Aber natürlich jetzt nicht sofort nach dem Anagon 2 Let's Play. Kam auch zwischendurch die Frage, das ist jetzt auch schon wieder eine halbe Ewigkeit her. Ja, logischerweise nach Anagon 2, ob ich nicht muss, Wanted Let's Plane sein. Auf jeden Fall werde ich wohl, also werde ich sehr höchstwahrscheinlich machen. Ach ja, ich muss ja zum Flughafen, ich Idiot. Wie komme ich, ja, wie komme ich da zum schnellsten hin? Da muss ich mal gleich gucken. Ja, muss Wanted Let's Play, werde ich höchstwahrscheinlich hier auch noch machen. Muss ich mal gucken, wann. Ich glaube, ich werde es nicht sofort nach Anagon 2 machen. Das werde ich mir noch überlegen, weil ich möchte eigentlich auch mal noch so ein paar andere Spiele einfach mal so aus Jux zeigen. Und schon mal ein kleiner Dämpfer für die Zukunft. Ja, da müssen wir einmal links langfahren. Nach Colehaber kommen wir noch nicht. Ich werde wohl nach dem Anagon 2 Let's Play nur noch ein Video pro Tag hochladen. Weil da halt doch ein bisschen sehr viel ist. Also das ist schon ein bisschen viel Arbeit. Und beim Anagon 2 Let's Play, gerade weil das Spiel ja so lange dauert, finde ich, bietet sich das hier sehr an, immer noch zwei Videos pro Tag rauszuhauen. Aber am Ende des Tages, ich sage mal so, ich verdiene damit ja nicht mein Geld. Das ist ja mein reines Hobby. Und ich merke gerade so für andere Sachen, die halt meinen Privatbereich angehen, ja, die muss ich dann da auch mal ein bisschen mehr Zeit geben. Und ja, von daher kann ich da leider nicht mehr so viel Zeit ins Let's Playen stecken. Aber dennoch macht mir das auf jeden Fall Spaß. Und wie gesagt, wenn ich dann Most Wanted Let's Play, dann wird das auch sehr wahrscheinlich nur noch ein Video pro Tag sein. Aber ich sage mal, Most Wanted dauert dann auch wieder nicht ganz so lange. Und ja, ich gucke dann, dass ich dazwischen dann auch nochmal andere Videos mache. Wie zum Beispiel vielleicht zuvor so Horizon 4, habe ich mir auch schon überlegt, vielleicht nochmal ein Video zu machen oder so. Aber möglichst, ja, Videos zu verschiedenen Rennspielen zu machen. Und ja, mal gucken, es gibt ja noch sowas wie Midnight Club und sowas. Da gucken wir mal. Hör mal gut zu. Die Jungs hier sind die besten Asphalt-Junkies überhaupt. Sobald die merken, dass du eigentlich gar nichts kannst, machen die dich fertig. Ich glaube, das kennen wir schon. Und Cutscene, yay! Okay, ich lese die Texte, glaube ich, nicht mehr vor. Du bist also der Typ, über den alle reden? Völlig überbewertet für dich. Was? Auf oder neben der Strecke. Du hast keine Chance. Ja, das ist jetzt wieder das übliche Phänomen, dass diese ganzen, ich nenne sie mal Endgegner, eigentlich gar nichts drauf haben. So, das sieht noch zwei Events aus. Fahren wir auf jeden Fall. Tschüss! Erstmal MX-5 umgedreht. Ja, und ich muss erst mal gucken, dass ich hier nach vorne komme, weil eine Sache wollte ich auch noch ansprechen. Alter, das klingt manchmal wie so eine Mücke, Alter. Das erinnert mich so daran, wenn man so nachts zum Schlafen ist oder man will gerade einschlafen, so in so einer warmen Sommernacht. Und dann fahre mal so eine Mücke, die an dir vorbeifliegt, an deinem Ohr. Und wieder einer weniger. Alter. Ja, jetzt kommt das Thema mit dem ECU, dass ich untenrum keine Power habe. Aber gut, das war jetzt auch mein Fehler, dass ich da jetzt nicht rechtzeitig richtig runtergeschaltet habe. Das muss natürlich besser gehen. So, ich gucke, dass ich die Kollegen da jetzt noch einhole. Ich meine, wir haben zwar zwei Rennen, da kann ich zwar noch im zweiten Rennen was rausholen, aber lieber jetzt schon mal erster werden, damit man schon mal die Punkte sicher hat. So, dann wollen wir erstmal ein bisschen Windshutten mitnehmen. Na, komm schon. So, dann mal abbremsen. Und war zu spät. So, dann haben wir erstmal die Führung übernommen, das ist schon mal sehr nice. So, dann werde ich immer noch durchs Geschlingel fahren. Das ist immer ein bisschen, da muss man sich echt so ein bisschen konzentrieren. Na, hier kommen sie natürlich dann ran mit ihrem, mit ihrem, keine Ahnung was, hundertfachen Amtpressdruck, den sie da in der Kurve kurzfristig haben. Ja, dann komme ich jetzt endlich mal dazu, was ich eigentlich schon angesprochen haben wollte. Ja, wie gesagt, also ich werde dann auch andere Spiele untereinander zeigen, auch neuere Spiele. Ich werde aber tatsächlich mal gucken, dass ich möglichst wenig mich mit dem Let's Play Noob überschneide, weil ich möchte auf keinen Fall jetzt irgendwie sagen, hier, ich mache eigentlich die geileren Videos. Im Gegenteil, ich möchte eigentlich ein bisschen anderen Content eigentlich machen. Also klar, Need for Speed ist, klar, ist natürlich so hauptsächlich die Spielereihe, die halt der Lukas spielt, aber ich, das ist halt so gerade das, was ich eigentlich überhaupt nicht machen will, dass ich da irgendwem da halt, ja, die, die View Time, ich weiß nicht, wie man es jetzt sagen soll, aber, dass ich mir halt, äh, dass ich da halt irgendwie in einer Art Konkurrent stehe. Ich sag mal, das tue ich sowieso nicht, weil der Lukas einfach mal schon das sehr viel länger richtig macht und damit zum Glück auch erfolgreich ist. Und bei mir ist das einfach mal rein mäßig, rein Hobby mäßig. Und, äh, ja, wenn ich jetzt so überlege, momentan macht er ja unter anderem wieder zu The Crew 2 einige Videos, da würde ich nämlich zum Beispiel eigentlich gar nichts machen wollen, weil ich das Spiel trotzdem jetzt nicht so sehr feiere und, äh, ja, damit man so ein bisschen verschiedene, äh, Ansätze hat. Ich mein, klar, so ein Underground, Underground 2 Most Wanted und so hat er natürlich auch schon als Let's Played, ist natürlich aber auch schon eine Weile her. Ja, zumindest auf YouTube, auf, äh, Twitch ist das ja jetzt noch nicht so lange her, he, best of's. Und, äh, ja, das wäre so tatsächlich meine Idee. Da muss ich mal gucken, was ich dann noch so für Videos mache. Also, wie gesagt, äh, ich werde dann wahrscheinlich nicht mehr so viele Videos machen, logischerweise, wenn ich nur noch eins pro Tag hochlade. Ich finde das aber eigentlich noch relativ viel. Und da muss ich mal gucken. Und, äh, ja, ich möchte in Zukunft auch mal häufiger mal Livestreamen. Unter anderem, ja, größtenfalls eigentlich auf Twitch. Vielleicht hin und wieder auch mal auf YouTube. Wie gesagt, die Idee hatte ich ja schon, dass ich, wenn ich dann die Karriere hier durch hab mit, äh, Underground 2, dass ich dann noch die restlichen Rennen dann in einem Livestream auf YouTube fertig mache. Das wäre dann noch so meine Idee. Und da werde ich dann auch eine Erinnerung einrichten, dass ihr dann direkt seht, okay, alles klar. Da ist dann der Livestream geplant. Was ein cooler Rückguss, der macht Spaß. Und, ja, wie sieht's für diese Folge auf jeden Fall aus? Ich würde jetzt mal sagen, wir fahren jetzt auf jeden Fall das Event noch zu Ende. Dann würde ich den Peugeot gerne nochmal so weit es geht, äh, tunen, beziehungsweise reißen. Und, äh, dann gucken wir mal, ob wir vielleicht doch noch ein Sternchen freischalten. Aber ich glaube, Magazine haben wir soweit alle. Aber wie gesagt, ich möchte möglichst alle freischalten. Weil, ich hab's schon mal erwähnt, ich hab, als ich das Spiel so die ersten Male durchgespielt hab, da hab ich nicht alle Magazine gekriegt. Weil ich einfach mein Auto nicht stark genug aufgetunt hab. Und das Spiel, ja, grundsätzlich halt, ich sag jetzt nicht falsch durchgespielt hab, aber halt, äh, die versteckten Rennen, das alles noch nicht gewusst hab, dass das so viel mehr Geld bringt. Und man hat dann am Ende des Tages halt nicht genug Geld gehabt, um irgendwie noch sein Auto leistungstechnisch zu tunen. Und dann wurde die Karriere halt gerne mal ein bisschen schwieriger. Und so sieht das Ganze aus. Was mir auch noch eingefallen ist, also zwischendurch, als ich die ganzen Videos hochgeladen hatte, das ist mir jetzt schon das zweite Mal passiert. Einmal bei Underground 1 und bei Underground 2 ist mir das passiert, dass zwei Videos tatsächlich haargenau gleich lang waren. Wo ich auch so dachte, wie hab ich das denn schon wieder geschafft, ne? Also sowohl im Underground 1 als auch im Underground 2 Let's Play. Weil zwei Videos in Underground 2 Let's Play sind, äh, 29 Minuten und 23 Sekunden lang. Und dann dachte ich natürlich im ersten Moment so, oh kacke, vielleicht ist das haargenau das gleiche Video, was du einfach nochmal hochgeladen hast, als Part 9 und nicht als Part 8. Ich glaub, das waren die beiden Teile. Und, ähm, ne, waren aber tatsächlich verschiedene Videos. Und, äh, ich sag mal so, YouTube merkt das aber auch, wenn das haargenau das gleiche Video ist, dann kann man das auch gar nicht veröffentlichen. Dann sagt er sofort so, das funktioniert nicht. Und, äh, ja, das war ganz lustig, dass mir das nochmal passiert. So, dann haben wir direkt das nächste URL-Event. Ähm, ja, eigentlich könnte ich das jetzt sofort fahren. Aber wie gesagt, ich möchte nochmal ein bisschen was am Peugeot machen. Also was ich jetzt gerade mache, ist, wäre für einen Speedrun absolut tödlich. Direkt hier vom URL-Event wegfahren. Also Speedrun-Technisch würde ich das gerne auch mal machen. Ich glaub, ich werde auch Mauswunde zwischendurch mal... ...vleicht auch mal streamen aus Jux und Dollerei und vielleicht auch mal irgendwie eine Herausforderungsserie in Speedrun oder so machen. Ich hab auch schon die passende, ähm, Software runtergeladen zum, ähm, ja, zum Zeigen der Splits und so weiter und so fort. Aber klar, natürlich werde ich da jetzt so ein Kuro erst höchstwahrscheinlich nicht schlagen, also... ...das wär schon hart. So, ähm, ja, wie gesagt, ein Event fehlt uns noch. Ähm, jetzt ist die Sache, ich fahr grad doof durch die Gegend. Ähm, neue Dach-Spoiler waren da, ne? Das heißt, wir müssten zwischendurch mal zu dem... ...joh, läuft bei uns. Alter. Na, der war auch schon ein bisschen sehr aufgepeamt. Ähm. Ja gut, dann fahren wir jetzt erstmal hier zu dem... ...Dings-Shop. Weißt, was noch mal? Na, jetzt bin ich grad... Na, fuck, Alter. Ich wollte eigentlich auch mein Auto umlackieren, das ist in den 240-SX. Aber wir lassen jetzt für die diese Stage noch, äh, so wie er ist. So, dann wechseln wir einmal das Auto. Aber ich glaube, mehr Zeitschriften kann man, glaub ich, nicht freischalten. Ne, dann werde ich im nächsten Video den Dings um... ...um, äh, lackieren. Ja, das bringt natürlich nicht mehr. Ich muss theoretisch mein Auto eigentlich komplett... Oh, das bringt sogar mehr. Das sieht so richtig schön mir hin, halt, aus. So, da können wir noch nix... Warten, da können wir... Ja, doch, da können wir auch schon was machen. Warum sagt mir das denn keiner? Wart mal, mit Carbon-Teilen können wir damit vielleicht weiter? Ne, das bleibt gleich. Ne, das bleibt... Ja gut, da haben wir noch nicht alle freigeschaltet. Hier bringt es allerdings was. Obwohl, gut, ich hab da auch noch nicht den neuen Spiegel dran gebracht. Ne, ich will da nicht zu viel Carbon haben, weil ich möchte auch möglichst viel Pink haben. Damit das schön kacke aussieht. Warte mal, da müssen so Scheißspiegel dran. Warte mal, die waren, glaub ich, so scheiße gebogen, ne? Genau, die sahen so richtig schön kacke aus, genau. Die kommen da drauf. Da haben wir leider noch nix. Auspuffblende müsste ich ja nicht auch pink machen, ne? Das sieht viel zu schlicht aus. Viel zu schlicht. Spoiler hier oben drauf. Oh Gott, ich bin jetzt schon durch, ey, was das Spiel angeht. So, mehr können wir hier aber eigentlich nicht machen, deswegen... Ja, Spoiler. Ne, geht auch nix mehr. Da haben wir schon durchgeguckt. Ne, Dach-Spoiler haben wir auf jeden Fall noch was gebracht. Und, so wie ich schon sehe, ich glaube, mehr Zeitschriften gibt es auf dieser Stage wohl nicht mehr freizuschalten. So. Was wollen wir noch machen? Also, ich würde auch sagen, dann... Haben wir den Peugeot eigentlich erstmal fertig. Dann würde ich jetzt noch den 240 SX umtunen. Ne, stimmt, den wollte ich ja erst in den nächsten Stage umlackieren. Ja, müssen wir nur irgendwas machen? Ja, nicht jetzt nur noch das UL-Event und dann war's das, ne? Bei dem wüsste ich jetzt auch nicht, ob man den jetzt noch auf sechs Sterne bringen kann. Ja. Tja, Leute. Ich würde sagen, das war's erstmal mit diesem Teil von Need for Speed Underground 2. Geht's dann auf jeden Fall nächstes Mal weiter mit dem nächsten UL-Event. Und, ja, ich hoffe, euch hat's Spaß gemacht. Und nächstes Mal geht's dann auf jeden Fall weiter zur nächsten Stage. Und dann schalten wir den nächsten Startteil frei. Und ja, Leute. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Und nächstes Mal geht's dann hier weiter mit Need for Speed Underground 2. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.